Er fragt, ob er nicht auf 3 zählen könnte, sondern es steht 2 zu 2. Das Spiel ist lanciert. McEnroe war noch nicht bereit, zwei Herrschaften in der Loge formen. Wir werden mit einem Gespräch bedacht, ein paar mehr oder weniger Freunde zu Worten. Die Röger sind fertig. Zéro, die hat er. 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 Vielen Dank. 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 Thank you. Come on, Jeff. Thank you. 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 Doch noch Punkt, doch noch Spiel für John McEnroe nach diesem Stoppball, der zu hoch geriet. Wir sehen uns beim nächsten Mal.